Und ein herzlich willkommen mit mir, hier ist Stefan bei The Forest. Ihr fragt euch bestimmt gerade, warum es etwas längere Zeit kein Video mehr gibt. Das kann ich euch ziemlich leicht verantworten, weil ich nicht da war. Und ich habe Schmerzen in meinem Fuß, also ja. Aber es geht wieder und die kann man ertragen, also dann hört ihr nicht. Oh, oh, ii, ah, oh, ii, ah, ah. Warum? Das ist doch cool. Noch mehr Sachen. Das ist doch nice. Nice, nice, nice. Das ist extrem nice. Ich glaube, das ist ein Nachwuchsball, oder? Oh ja. Nice, 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 nice. Ganz bestimmt. Quatsch. Nein, wir müssen irgendwie andersrum. Ah, so. Das ist sehr nice, 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 nice. Ja, damit hören wir jetzt mal auf. Zack. Was? Das ist ja ein Wal. Äh, äh, sorry, ein Hai. Verpiste. Bitte. Bitte! Ah! Penis-Kopf. Nein. Nee. Nee. Noch ein Treffer, ich bin down. Ich bin insta-down. Da traut sich doch nicht so nah ran, oder? Gebt jetzt bitte eure Kommentare dafür ab, dass der Hai jetzt noch... Da! Okay, der Hai kam nicht mehr so nah. Oh mein Gott! Doch, nicht, da schwimmt er ja. Hä? Hä? Schwanzkopf. Okay, okay. Kein Problem. Easy go. Going. Boing. Hi! Friss das, du Schwanzkopf. Friss das! Oh, jetzt leh ich mich jetzt schon wieder. Langsam kotzt mich zerregen, wirklich halt. Okay! Och nee, och nee, och nee, och nee. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh ja! Oh ja! Äh, ah! Definitiv, das wusste ich, das wusste ich. Äh, ja! Äh, ah! In Fall Knochen, aber Knochen habe ich jetzt nicht. Warum habe ich das? Hey! Ich rette dich! Ich rette dich! Rette dich! Rette dich! Naja, eigentlich habe ich ihr von der Qual geholfen, aber... Ja, ist sowieso gekennbar. Der Tod ist überall. All. Ja. Ja. Toll! Einmal diese gleiche Scheiße. Wie komme ich jetzt vom Stand weg? Gar nicht! 100% nicht! Immer die gleiche Scheiße. Ja. Nein, nein, nein! Das sagen wir aber nicht im Untergrund! Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Ähm. Ja. Ja. nur ich glaube ich habe das gespürt dass wir langsam mal was machen müssen nicht immer Whisky oder so einsammeln um 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 alles war kann man machen wie sie ich bin gott ich weiß was ich tue spaß jetzt brauche ich im verkehr ja ich muss die drücken natürlich mein mann mann sich als tote menschen hoffentlich spaß schiff frag aber hier ist nicht so gehört sich dass man immer diese gleiche scheiße technisch von heute also ich will nicht schlafen aber ich will speichern in dem slot auch hier ich hab das gespürt dass wir jetzt langsam mal wieder in den wald gehen strand ist blöd 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 hat sie sollten mal was interessanten um ein gute idee da gehen wir jetzt runter es leckt oh mein gott und noch einmal hoch hoffentlich ist da keine bigfoot da drinne bigfoot ich hab das gespürt dass ich sterben werde krabbel doch mal schneller hoch der will die fresken böser clown böser clown ist das ganz wie gesagt land ist so ich sehr guter mensch okay aber weiß nicht was ich gedrückt habe aber sorry amus kündchen einstieg Ah, schon wieder da. Ah, alles scheiße. Ah, guck mal, da hinten. Da hinten, das speichern wir. Und schlafen wir bis zum nächsten Tag. Ja. Was? Habe ich da was richtig gesehen? Ja. So, einmal Slot. Und dann Z. Wie schlafen. Äh, Sleeping. Nein. Sleeping. Ach, was labere ich. Nichts. Vergiss das einfach. Vergiss das. Das war peinlich. Nein, wir wollen das definitiv nähren. Oh, Kaffa. Auf so was stehe ich ja. Aber dann heißt es mal, ja geh wieder runter. Ich geh wieder runter. Alles gut. Oh, noch so ein bisschen. Ach, ich kann das sowieso nicht tragen, also... Ah! Sorry. Wir sind wieder passiert. Das sage ich heute, nicht morgen. Kleines Tier, man. Keiner mag dich. Oh. Schlampa. Äh, äh, äh. Ich brauche deine Haut, Digga. Haut, Digga. Frage gestellt. Und das Fleisch ist sehr nackt drauf. Äh, V? Habe ich jetzt Friedan? Könnte das sein? Äh! War doch nicht. Hä? Soll ich die Haut abziehen? Äh. Kleines Scherz hier. Dann tot wird dein Tod sein. Auch da ist wieder nicht. Aber welcher Tastik hat? Ah, nee. Das war definitiv das Halter. Na, toll. Immer das Gleiche. Aber langsam sollte ich was essen. Also ich esse halt Schokoriegel und das hört sich wie so ein Apfel an. Okay. Easy going. Kann man machen. Warte mal. Wir kommen ja schon wieder ans Ende langsam. Auch wenn wir nicht viel gemacht haben. Ich war ja. Ich war ja. Ich war ja. Ja. Aber die folgen dürfen ja auch nicht allzu lang werden. Oh, 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 oh. Das ist der alte Mann wieder schwach. Schwach ist der alte Mann. Der alte Mann ist schwach, aber so ein junges Kind. Da kann ja seine eigene Omi schneller laufen. Mann, Mann, Mann. Äh, ja. Zerstör einfach alles. Das geht hier gar nicht mal. So. Also ich wäre schon glücklich, ein bisschen zu einem scheiß Dorf zu kommen. Aber nein. Oh, ein Zimpe. Ein Frosch. Bestimmte Geräusche von so einem scheiß Frosch. Oh, der alte Opa ist schon wieder alt. Und zerbrechlich und tot und kaputt und ja. Ich habe es verstanden. Ja auch. Böse Menschen. Sehr viele böse Menschen. Sehr viele böse Menschen. Böse, böse Menschen. Tempelsprung. Oh, ein Regenbogen. Das sieht doch schön aus. Damit können wir gleich die Folge definitiv fänden. Lauf. 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 Oh. Oh. Aber es regnet gar nicht. Das ist ja ein Fake, Mann. Oh. Geh weiter. Stöller. Stöller. Da schlägt man ja langsam ein. Oh, da sind Echsen. Oh, ist das hier schlimm. Digger. Oh, da ist doch egal. Guck mal, da ist Deutschland drauf. Jetzt bin ich glücklich. Nein. Ja. Wir rauben jetzt das Dorf aus. Verpissen uns. Legen und schlafen. Speichern. Und ich beende die auf. Ja? Ja. Gut. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Danke. Ich will so eine Kack-Echse. Oder auch nicht. Oh, da ist jemand gestorben. Willst du ausschauen? Mal wieder. Ah, den können wir hier wegbomben. Warte. Ah, ey. Oder. Auch nicht. Das glaube ich nur eine Fackel, aber keine Ahnung. Kann man auch mal probieren. Das ist wirklich nur eine Fackel. Ich will eine Diganit-Stange habe ich dabei. So eine Kacke, Mann. Da habe ich so einen scheiß Computer. Oh, Schnur. Küche Schnur. Das war jetzt sehr informationsreich. Ach, das war immer noch nicht hier. Aber hier kann man auch nicht wirklich speichern. Und jetzt muss ich gleich mir noch so einen Speicherplatz anordnen. Oh, geil. Ja, egal. Ich setze ganz kurz so einen scheiß Speicherpunkt. Weil so schlecht ist es ja auch hier nicht. Du hast hier Wasser, du hast ja alles. Okay, egal. Das Büchlein. Wer kennt es nicht? Kann man da drin speichern? Weiß nicht. Oh, wir machen mal die erste Aktivität für diese ganz neue Special-Aufnahme. Das Haus des Erblickens. So nenne ich die Folge. So nenne ich die. Das Haus der Erblicken. Das Haus. Das neue Haus. Ah, ich finde schon einen neuen Text dafür. Macht euch da keine Sorgen drum. Oh, warum ist meine Hand zu dreckig? Wo warst du? Wo warst du? Das will keiner los sehen. Also wenn die Folge so lang wird, dann werde ich glaube ich gleich das noch schneiden müssen. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Dann sitzt ich da wieder so zwei Stunden dran. Oder ich lade das gleich hoch. Einfach gleich runter. Voll! Ach, voll. Weil wenn es brutal wird, passiert nichts. Was überhaupt unser Haus sagt. Wer brauche ich denn jetzt? Ah. Jetzt habe ich dich. 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 Jetzt habe ich dich zu kleiner Kakalake. Ah. Oh, was machst du? Guck, es hat dir nicht viel gebracht. Ich wollte gar nicht mal wissen, was du machst. Bin ich kein hilflicher Mensch. Ich kann mich nicht. So, aber jetzt wird es fertig. So. Okay. Okay. Oh, guck mal. Also, ich drücke jetzt speichern. Und ich... Wir werden uns bald wiedersehen. Haut rein. Bis bald. Ciao.